Was hat mehr Vitamin C, Erdbeeren oder Orangen? Erdbeeren sind eine bessere Vitamin C-Quelle als Orangen, acht Erdbeeren enthalten mehr Vitamin C als eine Orange. Andere überraschende Vitamin C-Quellen sind Grünkohl, Senfgrün, Paprika und Blumenkohl. Weitere Fakten zu Vitamin C Vitamin C schützt den Körper vor vielen Krankheiten und Leiden, darunter Herzkrankheiten, Katarakten und einigen Krebsarten. Es wirkt auch mit Vitamin E, einem Antioxidationsmittel, zusammen und kann die Eisenabsorption erhöhen. Obwohl Vitamin C wasserlöslich ist und der Körper in der Regel jedes zusätzliche Material ausscheidet, ist eine Vitamin C-Toxizität möglich. Dies kann Übelkeit, Durchfall und sauren Urin verursachen. Um toxische Vitamin C-Konzentrationen zu erreichen, müssten sie jedoch 160 Erdbeeren oder fast 20 Orangen pro Tag essen. Eine der Gruppen mit dem höchsten Risiko für Vitamin C-Mangel sind ältere, verwietwete Männer. Viele dieser Männer erhalten nicht die Vielfalt an Nährstoffen, die sie zur Aufrechterhaltung eines angemessenen Vitaminspiegels benötigen, und die ersten Anzeichen eines Vitamin C-Mangels können leicht mit der natürlichen Alterung verwechselt werden.